Beim Thema Altersvorsorge setzen viele Deutsche auf die Lebensversicherung oder das Sparbuch. Die Aktie spielt meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Fragen dazu jetzt an Klaus Borndörfer von der Baumeister und Borndörfer Finanzberatung GmbH und Co. KG und Teil des Kapitalforums Schwaben Allgäu. Schön, dass Sie da sind, Herr Borndörfer. Was raten Sie denn generell Ihren Kunden, die fürs Alter vorsorgen wollen? Nun, wenn der Kunde diese Frage stellt, dann hat er den wichtigsten Schritt eigentlich schon getan. Er ist nicht klar geworden, er muss etwas tun, zusätzlich zu dem, was es so schon gibt. Und der wichtigste Tipp, den man einzeln geben kann, ist vermutlich, Anlagen zu streuen. Nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Anlagen streuen bedeutet, dass man Risiken verteilt. Und Risiken zu verteilen bedeutet ein Gewinn an Stabilität und Sicherheit. Jeder von uns ist ja entweder schon in der gesetzlichen Rentenversicherung, zahlt in ein Versorgungswerk ein. Viele haben eine betriebliche Altersvorsorge oder ein konservatives Lebensversicherungsprodukt. Damit hat man ja schon eine gewisse Streuung erreicht. Und das sollte man ergänzen durch eine freie Vermögensbildung und vielleicht auch durch eine eigene Immobilie, wenn es denn geht. Welche Rolle sollten jetzt Aktien oder auch Aktienfonds, die ja von sich aus dann schon wieder breiter streuen, in all diesen Überlegungen spielen? Aktienanlagen sollten eigentlich Bestandteil jeder privaten Vermögensbildung sein. Das ist ganz einfach. Warum sage ich das? Die Unternehmen, auch die Aktiengesellschaften, sind ja ganz am Beginn der Wertschöpfung. Das heißt, die Quelle all unseren Wohlstands liegt hier in diesem Unternehmen. Es ist also daher gar nicht verwunderlich, dass das die Anlageklasse ist, die langfristig die höchste Rendite bietet. Zudem ist die Aktie ja eine Beteiligung an einem Unternehmen und damit ein Sachwert. Und ähnlich wie die Immobilie bietet das einen gewissen Schutz gegen die Wirkungen zum Beispiel der Inflation. Aber mal Hand aufs Herz. Die Deutschen sind ja doch eher zögerlich, wenn es um Aktienanlagen geht. Ja, das ist leider richtig. Und wenn man in die Statistik zum Beispiel der Deutschen Bundesbank schaut, dann sieht man, was für ein Schattendasein die Aktienanlage in Deutschland spielt. Das mag daran liegen, dass wir in der ganzen Diskussion uns sehr stark auf kurzfristige Zeiträume konzentrieren. Und da haben die Aktien das Problem, dass sie sehr stark schwanken. Das ist ja richtig. Sie gilt deswegen den Deutschen als spekulativ und risikobehaftet. Was wir dabei völlig ignorieren, ist, dass langfristig gesehen die Erträge sehr viel stabiler sind und vor allen Dingen auch höher sind. Insofern ist es einfach der beste Weg der privaten Vermögensbildung. Wie kann man denn jetzt idealerweise die Aktie in die Altersvorsorge einbauen als Baustein? Da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Weg und das ist das Fondssparen, das Sparen in den Investmentfonds. Das ist eine Anlageklasse, die in der Diskussion völlig zu Unrecht in die Kritik gekommen ist. Es ist nämlich wunderbar, einfach, unkompliziert zu handhaben. Man kann mit kleinen monatlichen Beträgen beginnen. Man kann die Sparraten aussetzen. Man kann zusätzlich was einzahlen, wenn man denn will, auch mal was entnehmen, wieder beginnen. Man hat überhaupt keine Vertragsbindung. Damit ist dieses Problem, was wir aus der klassischen Lebensversicherung kennen, wo ja 50 Prozent aller Verträge vorzeitig gekündigt werden und das mit finanziellen Nachteilen, das gibt es in dieser Vermögensklasse gar nicht. Insofern ist wirklich der einfachste Weg, einen oder mehrere Aktienfonds breitstreuend monatlich zu besparen. Breitstreuen deswegen, wie wir schon gesagt haben, Risiken verteilen, Stabilität des Ertrags gewinnen und das monatliche Sparen, das ist bekannt, der Effekt, der da entsteht unter dem Namen Cost Average. Klingt jetzt ausländisch, ist ganz einfach, ich kriege einen Durchschnittskurs. Ich kaufe mal teuer, ich kaufe mal billig, im Mittel aber in einem gesunden Durchschnitt. Und das erzeugt eine Stabilität im Ertrag über die lange Frist. Auch dabei kann man sicherlich Fehler machen. Auf welche Fehler sind Sie hierbei gestoßen? Ich darf es mal einfach ganz plakativ zusammenfassen. Die zwei Hauptfeinde einer erfolgreichen Kapitalanlage sind Angst und Gier. Man sollte, wenn man so etwas beginnt im Aktien sparen, nicht gleich erschrecken, wenn es mal ein schlechtes Jahr gibt. Wenn die Anlagen mal im Wert fallen, das werden sie tun. Wenn ich das 10, 20 Jahre mache, werde ich ein paar Crashs dabei haben, ich werde mal ein schlechtes Jahr dabei haben. Einfach weitermachen. Genauso nicht euphorisch werden, wenn es mal so richtig gut läuft. Wir haben ja jetzt ein paar gute Jahre auch gehabt, oder dieses Jahr fängt ja sehr schön an. Nicht euphorisch werden. Langfristigen Zeithorizont im Auge behalten. Den langfristigen Ertrag, den Plan im Auge behalten. Nicht aufhören, einfach durchhalten. Das ist der beste Tipp, den man machen kann. Schwer durchzuhalten, wie Sie es selber formulieren. Wie lautet jetzt Ihr Fazit? Das Fazit ist, es ist tatsächlich ganz einfach, etwas zu tun. Früh anfangen, ruhig mit kleinen Beträgen. Das kann man ja schon mit 25 Euro im Monat machen. Durchhalten. Die Zeit für sich arbeiten lassen. Nicht nervös werden. Nicht Kirre machen lassen. Von der täglichen Presse. Einfach weitermachen. Wenn man sich unsicher ist, was man machen kann, dann ist der Weg zu einem freien Vermögensverwalter sicherlich der beste Weg, den man gehen kann. Der hat keine Produktbindung. Der ist frei in seinem Anlageuniversum. Und der hilft einem auch während des Sparvertrages, wenn man mal eine Frage hat oder wenn es dann zum Rentenbeginn geht, dann sollte man sich überlegen, bleibe ich investiert oder gehe ich vielleicht raus. Das ist sicher der beste Tipp. Dann haben wir viel gelernt. Die Aktie als wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge Klaus Borndörfer war das. Von der Baumeister und Borndörfer Finanzberatung GmbH und Co. KG und Teil des Kapitalforums Schwaben-Algäu. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.